Und so können wir es dann schaffen, immer wieder 300 Euro pro Tag mit dieser neuartigen Strategie zu verdienen. Herzlich willkommen zu diesem brandneuen Video und heute schauen wir uns mal die beste Strategie zum Online-Geldverdienen mit Affiliate Marketing im Jahr 2024, 2025 und 2026 an. Am Anfang müssen wir natürlich die Frage stellen, was ist überhaupt Affiliate Marketing? Und das ist tatsächlich sehr einfach zu erklären und zwar, dir hat doch bestimmt schon mal irgendjemand ein bestimmtes Restaurant empfohlen und auf diese Empfehlung bist du dann in das Restaurant gegangen. Und tja, nichts anderes ist Affiliate Marketing, nur dass wir für diese Empfehlung auch noch Geld verdienen. Und wie ihr das schaffen könnt, das erfahrt ihr alles Schritt für Schritt in diesem Video. Mir war es persönlich ganz wichtig, dass dieses Video eine komplette Anleitung zum Nachmachen enthält. Das heißt, ihr könnt direkt mit der Praxis starten und bekommt nicht nur theoretisches Blabla, sondern direktes Wissen aus der Praxis. Das Beste ist, ihr könnt diese Strategie als Anfänger ohne Risiko und vor allem auch ohne Startkapital sofort anwenden. Wichtig, leg jetzt alles andere beiseite und schau dir dieses Video unbedingt konzentriert bis zum Ende an, um wirklich das Maximale für dich rauszuholen. Denn wenn du dieses Video wirklich konzentriert bis zum Ende verfolgst und auch keine Schritte überspringst, hast du einen extremen Vorteil gegenüber allen anderen Menschen, die diese Strategie nicht kennen, denn du wirst einen neuartigen Weg kennenlernen, Online-Geld zu verdienen. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schon haben willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Und heute gibt es eben den einfachsten Weg, um mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen und schnellstmöglich seine ersten Einnahmen zu erzielen. Schick dieses Video jetzt unbedingt an einen Freund weiter, mit dem du jetzt zusammen in diesem Jahr Online-Geld verdienen willst. Und ohne groß Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an mit der Frage, wie startet man denn jetzt am besten? Um zu starten, brauchen wir nur drei ganz einfache Schritte und zwar in Schritt 1 müssen wir ein fremdes Produkt finden, dann im zweiten Schritt müssen wir dieses Produkt weiterempfehlen und dann im dritten Schritt verdienen wir auch schon Geld in Form von Provisionen. Jetzt natürlich die nächste Frage, welche Produkte soll man denn jetzt weiterempfehlen? Und dazu lässt sich sagen, die besten Produkte, um mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen, sind ganz klar digitale Produkte. Ganz einfach, weil man zum Beispiel bei physischen Produkten beispielsweise, bei Handys, bei Laptops oder was auch immer, eben nur sehr, sehr geringe Provisionen bekommt, meist unter 10%, weil man natürlich noch Lieferkosten hat, Herstellungskosten, Produktionskosten. Währenddessen man bei digitalen Produkten teilweise auch mal 30, 40 oder sogar über 50% Provisionen bekommt. Und wie ihr diese digitalen Produkte findet, bei denen ihr teilweise über 300 Euro pro Empfehlung verdienen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar funktioniert das Ganze am besten mit der Plattform copecard.com. Wird so geschrieben, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ich habe euch die Seite auch in der Videobeschreibung verlinkt, dort könnt ihr direkt starten. Das ist eben ein digitaler Marktplatz quasi, das Amazon beziehungsweise Amazon für digitale Produkte, auch 100% seriös hier vom TÜV geprüft. Und ja, hier könnt ihr eben kostenlos starten. Ihr habt keine monatliche Grundgebühr und könnt hier eben direkt Geld verdienen. Dazu könnt ihr euch hier kostenlos registrieren, das heißt hier raufklicken. Und dann wählt ihr eben folgendes aus und zwar Affiliate. Ich verkaufe die Produkte von anderen. Das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Hier könnt ihr dann starten und euch kostenlos als Affiliate anmelden. Dazu hier eben einfach E-Mail-Adresse, Passwort eingeben und noch ein paar weitere Daten eingeben, zum Beispiel Kontoinfos und E-Mail-Verifizierung. Und dann eben einen kostenlosen Account erstellen. So, dann müsst ihr einen Benutzernamen wählen. Bitte darauf achten, dass dieser Benutzername seriös sein sollte. Das heißt hier beispielsweise Business Experte24 oder irgendein anderer Name. Also jetzt kein Quatschnamen, keine Beleidigung, weil dieser Name wird auch öffentlich zu sehen sein. Also nicht euer echter Name, aber euer Benutzername. Deswegen müsst ihr hier einen seriösen Namen wählen. Ganz, ganz wichtig. Und dann hier nochmal euren echten Namen hinschreiben. Der wird aber nicht öffentlich angezeigt. Der wird nur zur Verifizierung benötigt. Dann auch die Nummer bestätigen. Auch das muss die echte Nummer sein, damit man nachweisen kann, dass man eben eine echte Person ist und kein Roboter. Und wenn man das gemacht hat, dann hier auf Abschließen klicken. Dann müsst ihr noch eure E-Mail verifizieren, den Code hier eingeben und dann auf Fortfahren klicken. Und dann könnt ihr auch schon starten. So, und wenn ihr dann euer Profil erstellt habt, geht ihr auf den CopeCard Marktplatz. Das heißt, ihr gebt copecard.com-Marketplace oben ein. Und dann öffnet sich dieses Feld hier. Und hier könnt ihr dann einfach bei der Suche meinen Namen, das heißt Leon Kramer, eingeben. Und dann öffnet sich schon diese Seite hier. Hier könnt ihr dann alle möglichen Produkte finden. Und hier könnt ihr dann auch direkt mit mir zusammenarbeiten. Ja, und hier können wir dann ganz nach unten gehen. Und dann sehen wir schon folgendes. Und zwar hier haben wir immer die Provision und hier das Einkommen. Und hier seht ihr schon, hier verdient ihr über 390 Euro bei diesem Produkt mit einer einzigen Vermittlung. Und hier können wir dann einfach raufgehen und unseren Affiliate-Link bekommen, indem wir hier einmal auf Bewerben klicken. Dann können wir hier direkt eben unseren Link bekommen. Der erscheint dann hier, nachdem ihr hier auf Bewerben geklickt habt. Und mit dem Link könnt ihr dann automatisch Geld verdienen. Ihr könnt euch natürlich auch andere Produkte aussuchen. Beispielsweise dieses hier zum Thema Künstliche Intelligenz. Da würdet ihr fast 200 Euro verdienen an Provision. Dann geht es weiter und zwar hier, 99 Days Club, wie man in 99 Tagen seine ersten Einnahmen aufbaut, würdet ihr 550 Euro knapp verdienen. Dann geht es weiter zum Thema TikTok. Dort könnt ihr auch Geld verdienen mit TikTok über 100 Euro oder auch zum Beispiel mit Apps knapp 100 Euro könnt ihr damit an Provision verdienen. Aber wir machen es einfach mal anhand dieses digitalen Produkts, weil ihr hier natürlich am meisten verdienen könnt. Und über 300 Euro, fast sogar 400 Euro an Provision ist natürlich absolut genial. Und wie wir diese Provision bzw. wie ihr diese Provision sogar noch steigern könnt, das erfahrt ihr auch im Laufe dieses Videos. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. So, das heißt, ihr müsst natürlich diesen Affiliate-Link erstellen. Das habe ich euch ja eben gezeigt. Ich zeige es auch gleich nochmal ein zweites Mal. Dann müssen die Leute über euren Link kaufen und dann verdient ihr auch schon Geld. Das heißt, wenn ihr dann hier beim CopeCard Marktplatz Leonkramer eingegeben habt und dann hier ganz nach unten scrollt und hier auf Bewerben klickt, dann erscheint dann hier euer persönlicher Affiliate-Link und den müsst ihr dann teilen. Und wie ihr damit am besten Geld verdienen könnt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar einer der besten Wege, mit eurem Link Geld zu verdienen, indem ihr ihn verbreitet, ist natürlich Social Media. Aber es gibt auch noch Möglichkeiten, ohne Social Media damit Geld zu verdienen. All das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, wir starten jetzt mit den Klassikern. Dazu gebt ihr dann einfach bei TikTok zum Beispiel online Geld verdienen ein. Und dann seht ihr auch schon, was ihr hier für Videos erstellen könnt. Und ja, dort könnt ihr dann natürlich euren Link auch bei TikTok posten. Wie ich das Ganze mache, zeige ich euch jetzt. Und zwar, ich habe hier beispielsweise mal ein TikTok-Profil von mir geöffnet. Dort habe ich das Ganze auch so gemacht, dass ich hier dann einen Link eingefügt habe und dann hier verschiedene Affiliate-Links auch eingebunden habe. Aber das Ganze geht natürlich auch ohne sich zu zeigen. Zum Beispiel hier auf Instagram beispielsweise. Diese Seite hier, Erfolgsart, hat fast 300.000 Follower und postet einfach nur Motivationssprüche. Und hiermit kann man dann auch richtig gutes Geld verdienen, indem man dann seinen Link in der Storage zum Beispiel bei Instagram oder im Profil postet. Und jetzt nochmal ein super Trick, um eben solche Sprüche ganz einfach zu bekommen. Man kann natürlich sich die Sprüche selbst ausdenken oder man nimmt einfach ChatGPT zur Hilfe. Das heißt, hier geht ihr einfach bei openai.com rauf und dann könnt ihr euch bei ChatGPT einen kostenlosen Account erstellen. Ich denke mal, die meisten kennen ChatGPT. Und dann gebt ihr einfach Folgendes ein. Zum Beispiel, schreib mir mehrere Motivationssprüche zum Thema Geld verdienen. So, und dann wird das Ganze auch automatisch hier geschrieben. Das heißt, wie ihr seht, wie einfach das ist. Hier habt ihr dann zahlreiche Sprüche. Also ohne Ende Sprüche hier über, beziehungsweise genau zehn Stück. Und die könnt ihr dann hier einfach kopieren. Vielleicht selbst nochmal ein bisschen umschreiben. Dann auch hier ein cooles Hintergrundbild verwenden. Einfach nur schwarz-weiß oder auch andere Farben. Und dann hier einfach posten. Und ihr seht teilweise 8.000 Likes, 7.000 Likes. Und das ist wirklich keine schwere Arbeit. Und dann könnt ihr das Ganze auch nochmal als Reel posten. Das heißt, es ist auch ein Trick. Zum Beispiel hier einfach, wenn wir hier auf die Reels gehen, kann man einfach dann diese Sprüche posten. Noch eine dramatische Musik hinterlegen. Und dann kann man damit auch 100.000, 130.000, 200.000 Views bekommen. Und dann hier eben nochmal in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren darauf hinweisen, dass ihr einen Link in die Videobeschreibung gepackt habt. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel hinschreiben, die 20 besten Wege zum Online-Geld verdienen. Und dann könnt ihr den Online-Kurs verlinken, den ich eben gezeigt hatte. Und ja, dann könnt ihr damit richtig gutes Geld verdienen. Aber es gibt jetzt noch einen Bonus-Tipp und zwar einen Weg, der sogar noch besser funktioniert. Und zwar mit einer eigenen Website. Dazu habe ich jetzt hier beispielsweise mal diese Website rausgesucht. Die nennt sich kurserfahrungen.com. Und hier zeige ich das wirklich mal anhand der Praxis, wie das Ganze funktioniert. Hier gibt es beispielsweise eine Seite über mich. Und ganz wichtig, die Seite ist nicht von mir, sondern die hat eine andere Person, ein sogenannter Affiliate, hat es eben selbst erstellt. Und dazu könnte ich hier auch dann das Gleiche in der gleichen Art machen oder ähnlich. Und zwar hier könnt ihr einfach ein paar Infos hinschreiben. Natürlich solltet ihr vorher mich fragen, ob ihr dann Bilder etc. verwenden dürft. Aber in der Regel, wenn es natürlich 100% seriös ist, dann passt es natürlich. Aber fragt mich besser vorher und dann könnt ihr hier dann zum Beispiel auch euren Affiliate-Link posten. Und hier haben wir beispielsweise dann auch wieder den finanzielle Freiheit-Meister-Kurs. Und hier könnt ihr dann, wenn man auf mehr erfahren klickt, kommt ihr dann hier zum Beispiel direkt zu unserer Seite. Und hier oben sehen wir jetzt das Ganze auch schon, dass, beziehungsweise hier unten, können die Leute dann starten klicken. Und sobald die Leute dann eben über diese Seite hier auf den Kurs kommen und sich das Produkt holen, verdient der Betreiber dieser Website hier die Provision. Und zwar über 390 Euro jedes Mal. Und ja, wie ihr so eine Seite hier ganz einfach erstellen könnt mit einer kostenlosen Website oder kostenlosen Methode, das zeige ich euch jetzt. Ja, und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jetzt gibt es wirklich Schritte eins zu eins zum Nachmachen. Deswegen speichert euch dieses Video jetzt ab und macht das Ganze ganz genau nach und kommt immer wieder zu diesem Video zurück, wenn ihr Fragen habt oder nicht weiter wisst. Denn jetzt wird alles ganz genau erklärt. Und zwar müssen wir jetzt in Schritt 1 natürlich erst einmal auf Google gehen. Und hier geben wir jetzt bei Google Google Sites ein. Also Google S-I-T-E-S. Und zwar diese Seite hier, sites.google.com. Hier klickt ihr jetzt einmal drauf. Dann öffnet sich schon diese Seite hier. Und die Seite Google Sites, die kennen die wenigsten Leute. Das heißt, mit dieser Seite könnt ihr euch komplett kostenlos eigene Google Seiten erstellen. Und ja, das können wir eben nutzen, um damit selbst sehr, sehr gutes Geld zu verdienen und alles eben komplett kostenlos. Das ist natürlich das Beste. Das heißt, hier können wir erstmal eine neue leere Seite eben erstellen. Oder wir können hier schon ein paar Vorlagen auswählen. Mir hat ganz gut diese Vorlage hier gefallen. Club Verein. Aber wir können das natürlich auch noch mit der leeren Seite machen. Ich werde jetzt einmal eine Vorlage verwenden. Das heißt, wir klicken jetzt hier mal auf diese Vorlage. Das heißt, hier klicken wir einmal rauf. Dann öffnet sich gleich schon die leere Seite, die wir eben ganz einfach bearbeiten können. So, hier haben wir jetzt die leere Seite. Und die können wir jetzt selbst ganz einfach nach unseren Vorstellungen bearbeiten. Das heißt, ich werde euch in diesem Video im ersten Schritt zeigen, wie ihr komplett kostenlos eine eigene Website erstellen könnt. Das heißt, hier sehen wir hier. Das ist die Vorlage. Hier können wir jetzt alles Mögliche selbst bearbeiten. Und natürlich können wir auch noch die Bilder verändern. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel dieses Hintergrundbild nicht haben wollen, klicken wir einfach hier auf Bild ändern. Öffnet sich hier schon dieser Punkt. Hier können wir selbst ein Bild hochladen oder hier eben ein Bild auswählen. Und ja, hier können wir eben das Ganze auswählen. Hier beispielsweise einen schlechten Hintergrund. Mir gefällt hier dieser grüne Hintergrund ziemlich gut. Oder auch dieser Hintergrund. Ich wähle jetzt einfach mal diesen Hintergrund aus. So, jetzt wählen wir das Ganze aus und klicken hier natürlich auch auf Auswählen drauf. Jetzt können wir hier noch die Seite eben benennen. Das heißt, hier steht gerade Name des Clubs Vereins. Aber das ist jetzt hier natürlich nur eine Vorlage. Das heißt, hier können wir jetzt alles Mögliche hinschreiben. So, das heißt, ich werde jetzt hier mal eine Testseite benennen. Das heißt, hier zum Beispiel Online Geld verdienen. So, und je nachdem, in welchem Jahr ihr dieses Video gerade schaut, könnt ihr dann hier Online Geld verdienen 2024, 2025, 26 und so weiter und so fort hinschreiben. Wir machen jetzt einfach mal anhand des Beispiels Online Geld verdienen 2022 weiter. So, jetzt habe ich hier schon die Überschrift gewählt. Und jetzt sieht es eben folgendermaßen aus. Hier können wir jetzt das Ganze eben nach unseren Vorstellungen beschreiben etc. und Bilder hinzufügen. Das heißt, hier müssen wir jetzt einmal ein Bild auswählen. Natürlich können wir hier selbst eigene Bilder hochladen. Aber ihr könnt natürlich auch Copyright-freie Bilder aus dem Internet einfach mal verwenden. Ein sehr guter Anbieter dafür ist die Seite pixabay.com. Einfach P-I-X-A-B-A-Y.com geschrieben. Und hier können wir zahlreiche kostenlose Bilder raussuchen, die wir auch verwenden dürfen. Ich habe jetzt hier einfach mal Lachen eingegeben. Und wir werden jetzt mal nach Bildern suchen auf den Personen. Lachen, weil wir natürlich positive Bilder haben wollen. Und da gefällt mir direkt dieses Bild ziemlich gut. Dazu klicken wir jetzt hier einmal rauf. Hier sehen wir, hier haben wir eine offizielle Lizenz. Das heißt, freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nötig. Das heißt, mit diesem Bild dürfen wir online Geld verdienen und das Ganze komplett kostenlos, legal und seriös. Das heißt, wir klicken jetzt hier rauf und downloaden uns dieses Bild hier. Das heißt, hier können wir sogar nochmal auswählen, in welchem Format und in welcher Qualität. Natürlich hier, diese Qualität ist sehr, sehr gut. Das heißt, hier klicken wir auf Download. Und jetzt müssen wir nochmal bestätigen, dass wir kein Roboter sind und können das Bild hier downloaden und haben dann schon kostenlos das Bild bekommen. Zurück auf unserer Website können wir das Bild jetzt einfach hier einfügen. Dazu wählen wir hier das aktuelle Bild aus und klicken hier auf die drei Punkte und können jetzt hier das Bild ersetzen. Dazu klicken wir jetzt hier einmal auf Hochladen und können unser Bild, was wir eben gedownloadet haben bei Pixabay, einfach hochladen. So, und schon haben wir hier unser neues Bild drin. Das Ganze wirklich innerhalb von ein paar Sekunden. Und hier können wir jetzt noch eine Bildunterschrift hinzufügen. Das heißt, hier können wir hier auf den Stift klicken und das Ganze eben bearbeiten. Das heißt hier, ja, zum Beispiel Online Geld verdienen kann einfach sein und dazu noch Spaß bringen. Oder Spaß machen. Hört sich besser an. So, zack, Punkt. Und jetzt haben wir hier auch schon eine Bildunterschrift. Natürlich können wir hier die Schriftart noch verändern, etc. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. So, jetzt haben wir hier schon unser erstes Bild eingefügt. Das heißt, hier haben wir unser erstes Website. Online Geld verdienen 2022. Jetzt werde ich euch mal einen ganz einfachen Marketingprozess erklären. Das heißt, zunächst müssen die Leute, die hier auf unsere Website kommen, natürlich genau wissen und sofort sehen, worum es geht. Hier geht es eben um das Thema Online Geld verdienen 2022. Und jetzt muss man natürlich erst einmal eine Frage beziehungsweise ein Problem aufdecken. und dann eben im zweiten Schritt dafür die Lösung bieten. Das heißt, das Problem ist hier, klicken wir jetzt einmal rauf, Problem oder die aktuelle Lage. Das heißt, hier einmal ein aktuelles Problem aufzeigen. Dazu habe ich mir kurz hier einen Text notiert. Die Preise steigen. Alles wird teurer, egal ob Nudeln, die Mieten oder das Benzin. Die Rente ist ebenfalls unsicher. Viele Menschen stehen vor finanzieller Ungewissheit. Und jetzt müssen wir hier eben auf unserer Website eine Lösung dafür bieten. Und die Lösung dafür ist eben, sich neue seriöse Einnahmequellen aufzubauen, die einen auch finanziell unabhängig machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier im zweiten Schritt die Lösung bieten. Das heißt, hier schreiben wir anstatt Highlights eben die Lösung hin. Die Lösung. So, und jetzt schreiben wir hier folgendes hin. In unsicheren Zeiten wird es immer wichtiger, neue Einnahmequellen aufzubauen. Und das Internet bietet dafür hervorragende Möglichkeiten. Auf dieser Seite erfährst du von den 20 besten Wegen, seriös und langfristig Online-Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal das Problem und dann eben die Lösung. Und passend zu der Lösung könnt ihr jetzt eben ganz einfach einen Link von euch verwenden, mit dem ihr mir dann immer wieder Online-Geld verdienen könnt. So, hier unten müsst ihr dann einfach ein YouTube-Video einfügen. Dazu könnt ihr einfach ein Video von mir verwenden. Das erlaube ich euch ausdrücklich, aber das dürft ihr auch nur für diese Methode hier verwenden, für keine andere Methode. Hier steht noch Titel der Präsentation. Das könnt ihr hier einfach löschen, indem ihr hier auf die Mülltonne klickt. Dann könnt ihr das einfach hier in die Mitte ziehen. Zack, sieht das hier schön mittig aus. Und hier könnt ihr jetzt einfach ein YouTube-Video hinzufügen, indem ihr hier raufklickt, zack, und dann hier ein Video durchsucht. Und hier gebt ihr jetzt einfach ein Leon Kramer 20 Wege seriös. So, das gebt ihr jetzt ein, klickt hier einmal auf die Suche und dann öffnet sich hier schon das erste Video. 20 Wege seriös und langfristig Online-Geld zu verdienen. Hier klickt ihr jetzt einmal rauf und wählt das Video einfach aus. So, dann habt ihr hier schon das Video drin. Das heißt, hier können wir das Ganze nochmal ein bisschen vergrößern, damit das nicht so klein ist, damit man das Video auch vernünftig sehen kann. Zack, vielleicht noch ein bisschen größer hier. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir das Video hier drin. Und ja, jetzt haben wir hier schon eine perfekt aufgebaute Seite. Das heißt, hier erstmal natürlich das Problem. Dann hier natürlich nochmal ein Bild, was positive Emotionen hervorruft. Dann natürlich noch die Lösung und dann hier natürlich noch die Erklärung dafür. Hier klickt ihr dann einfach noch hin. Das heißt, hier schau dir dieses Infovideo an. Punkt, Ausrufezeichen. Natürlich hier nochmal in Fett und natürlich noch in größer. Zack, hier mal auf Stufe 18. So, und jetzt wird es eben extrem wichtig und auch extrem spannend. Das heißt, hier in diese untere Zeile unter dem Video fügt ihr jetzt Folgendes ein. Klicke hier, das hier groß, um direkt zu starten. Das Ganze da nochmal in einer größeren Schriftart. Ruhig auch 30. Zack, hier müssen wir es vorher auswählen. Schriftart 30. So, und hier erwähnen wir jetzt eben das 4 aus und können dann hier eben einen Link einfügen. Und dieser Link ist eben das aller, aller wichtigste. Ganz klar, das ist der aller wichtigste Teil dieses ganzen Videos. Warum? Weil ihr über diesen Link eben Geld verdienen könnt. Und wie ihr diesen Link bekommt, mit dem ihr Geld verdienen könnt, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar ist das jetzt genau dieser Link, den ich euch eben gezeigt habe. Das heißt, ihr klickt hier auf Bewerben drauf. Dann erscheint euer Link. Den müsst ihr kopieren und den könnt ihr dann dort auf der Seite einfügen. Eine komplette und ausführlichere Antwort dazu, zu CopeCard etc. bekommt ihr übrigens auf unserer Internetseite teamleon.de-affiliate. Da kommt ihr dann zu dieser Seite, hier teamleon-affiliate-support, habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier ist nochmal alles Schritt für Schritt erklärt, wie ihr euch bei CopeCard anmeldet. Nochmal mit dem Infovideo, ist eigentlich relativ einfach. Dann müsst ihr eben den Affiliate-Link erstellen, indem ihr hier raufklickt, habe ich euch alles auch nochmal ganz genau erklärt. Das heißt, ihr wählt dann das hier aus. Zack, das wählt ihr einmal aus. Klickt dann hier auf Link einfügen. Und hier fügt ihr dann einfach euren Link, den ihr eben kopiert habt, ein. Und jetzt klickt ihr hier einmal auf Anwenden. Das heißt, wenn die Leute hier auf das hier klicken, dann kommen sie direkt zu eurer Seite, beziehungsweise klicken sie direkt auf euren sogenannten Affiliate-Link. Jetzt werden einige verständlicherweise aufgepasst haben und sagen, okay, hier oben ist aber noch zum Beispiel Veranstaltung oder über uns. Das könnt ihr hier einfach auf der rechten Seite oder unter dem Punkt Seiten ganz einfach löschen. Das heißt, hier nicht die Hauptseite löschen, auf keinen Fall, sondern hier den Punkt Veranstaltung und Seiten, den können wir einfach mal hier auswählen und hier einfach löschen, ist das Ganze auch schon weg. Das heißt, auch über uns, das brauchen wir auch nicht, könnt ihr auch einfach löschen. Das heißt, hier könnt ihr natürlich noch den Namen einfügen. Das heißt, hier zum Beispiel, falls ihr jetzt Tim Müller heißt oder wie auch immer ihr heißt, könnt ihr einfach noch euren Namen einfügen oder ihr könnt ja selbst auch noch mal online Geld verdienen 2022 hinschreiben. Das ist euch nämlich alles selbst überlassen. So, jetzt müssen wir natürlich noch eine wichtige Sache machen, weil wir natürlich alles hundertprozentig seriös machen wollen. Das heißt, hier können wir jetzt das Mitmachen einfach löschen, zack, und dann hier zum Beispiel noch mal auf die Fußzeile bearbeiten klicken. Und jetzt können wir hier, das habe ich eben so gemacht, ausgefüllt. Das wollte ich nicht. Als Text wollte ich das Ganze so stehen lassen. Wir brauchen hier nur noch zwei Punkte. Das heißt, hier können wir das Ganze einfach löschen. Und hier müssen wir jetzt natürlich noch zwei wichtige Punkte einfügen. Und zwar zum einen eben, ja, das Impressum müssen wir hier eingeben. Impressum. Und natürlich hier noch die Datenschutzerklärung. Das heißt, das aktualisieren wir jetzt einmal. Und hier natürlich noch einmal die Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wir wollen natürlich hier eine seriöse Seite haben. Und ja, jetzt macht ihr es einfach folgendermaßen. Das ist eigentlich auch, viele denken immer, das ist total schwierig. Aber ich verwende dafür auch die Website e-recht24. Das heißt, hier diese Seite hier. So, und zwar könnt ihr das Ganze auf der Seite e-recht24.e komplett kostenlos machen. Hier könnt ihr einfach ein gratis Impressum-Generator auswählen. Dann klickt ihr hier einmal auf Weiter. Könnt ihr hier komplett kostenlos euer Impressum erstellen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Datenschutzerklärung. Hier gibt es auch einen komplett kostenlosen Datenschutzerklärungs-Generator auf e-recht24.de. Und ja, hier könnt ihr draufklicken und dann hier euch komplett kostenlos eine Datenschutzerklärung erstellen. Dazu gebt ihr einfach die Daten ein und habt dann innerhalb von gerade einmal fünf Minuten komplett kostenlosen Impressum. Und das Ganze fügt ihr dann einfach hier ein. Das heißt, hier fügt ihr das Ganze dann einfach ein, das Impressum und die Datenschutzerklärung und dann seid ihr einfach auch schon fertig. Das heißt, dann habt ihr komplett einfach eben schnell eine Seite erstellt und könnt sie dann hier einfach veröffentlichen. Und wie das Ganze dann am Ende aussieht, werde ich euch jetzt zeigen. Jetzt schauen wir uns einmal in der Vorschau an, wie unsere Website denn aussieht. Dazu klicken wir einmal hier auf die Vorschau rauf und jetzt sehen wir schon folgendes. Hier, so sieht unsere Website am Handy aus. Zack, ganz schlicht hier oben Online-Geldverdienung 2022. Hier nochmal ein schönes Bild, hier nochmal die Lösung und hier nochmal das Infovideo. Und dann klicken die Leute eben hier, um direkt zu starten. So sieht das Ganze auf dem Tablet aus. Das können wir hier unten alles auswählen. Und so sieht das Ganze dann eben am PC aus. Und so habt ihr eben hier in extrem kurzer Zeit eine eigene Website aufgebaut. So, wenn ihr dann eben vollständig zufrieden mit eurer Website seid, dann wird es jetzt eben spannend. Und zwar jetzt klickt ihr hier oben auf Veröffentlichen rauf. Hier müsst ihr nochmal einen Namen auswählen, zum Beispiel Online-Geldverdienung 2022. So sieht dann eben im Endeffekt euer Link zu eurer Website aus. Ist natürlich ein bisschen lang, deswegen sollt ihr vielleicht hier einen kürzeren Namen nehmen. Zum Beispiel einfach eure Namen Tom Meyer, Tom Müller oder wie auch immer ihr auch heißt. Oder ihr könnt natürlich auch einen völlig anderen Namen für eure Website wählen. Ihr solltet natürlich zum einen etwas mit dem Thema Online-Geld verdienen und zum anderen natürlich im Idealfall was mit euch zu tun haben. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, ihr könnt natürlich auch noch mal eine benutzerdefinierte Domain, das heißt eine eigene Domain, wie wir zum Beispiel Team Neon haben, etc. Könnt ihr auch nochmal wählen, indem ihr auf Verwalten klickt. Müsst ihr aber nicht, ist nicht unbedingt notwendig. Dann ganz wichtig, wer darf die Website ansehen? Natürlich ganz klar jeder. Wir wollen ja so viele Besucher wie möglich haben und hier solltet ihr auf keinen Fall ein Häkchen setzen, weil die Website soll natürlich auch in öffentlichen Suchmaschinen angezeigt werden. Ja, wenn das alles passt, klickt ihr einfach auf Veröffentlichen und habt dann eure eigene Website veröffentlicht und könnt dann mit der Website auch schon Geld verdienen. So und jetzt wird es eben wirklich, wirklich wichtig. Und zwar, wenn ihr eure Seite erstellt habt, dann ist es jetzt natürlich wichtig, eben die ersten Besucher zu bekommen. Und da gibt es wirklich auch zahlreiche Möglichkeiten. Natürlich der Klassiker ist immer Social Media, das heißt zum Beispiel bei Instagram kann man das Ganze wunderbar in die Profilbeschreibung posten oder in die Story oder auch in zahlreiche Facebook-Gruppen etc. Der Vorteil ist eben, wenn ihr teilweise die Gruppenmethode verwendet, dass ihr eure Seite in Gruppen postet, dann ist es ja nicht so, dass ihr direkt irgendein Produkt bewerbt, sondern dass ihr erstmal eure eigene Seite bewerbt und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass eure Links eben als Spam gekennzeichnet werden etc. Und außerdem, falls ihr dann noch weitere Methoden haben wollt, wie ihr dann eben eure Seite sehr, sehr gut verbreiten könnt und damit Geld verdienen könnt, dazu haben wir auch auf unserer Seite Team Leon Affiliate Support nochmal eine genaue Anleitung. Das heißt, ihr klickt wieder auf die Link in der Videobeschreibung auf teamleon.de slash affiliate. Hier auf diese Seite geht ihr ganz, ganz wichtig, dass ihr das A bei Affiliate groß schreibt, sonst kommt ihr nicht zu der Seite, weil hier haben wir eben unten noch zahlreiche andere Methoden, wie ihr das Ganze eben ganz normal bewerben könnt, indem ihr hier zum Beispiel das Ganze hier mit Instagram macht oder auch selbst mit Facebook oder mit Instagram Werbung. Werbung. So und jetzt gibt es nochmal einen Hammer und zwar normalerweise gibt es hier ja knapp 400 Euro an Provision pro Verkauf, das heißt hier in diesem Fall 398 und 80 Cent, das sind 40 Prozent, aber es gibt jetzt nochmal einen Bonus und zwar, das haben wir jetzt hier vorbereitet, wenn ihr 10 Verkäufer habt, bekommt ihr schon 50 Prozent Provision, das heißt fast 500 Euro pro Verkauf und dann geht es weiter, ab 50 Verkäufen bekommt ihr schon 60 Prozent Provision, das heißt über 590 Euro, fast 600 Euro pro Verkauf, da verdient ihr schon mehr als wir selbst mit unserem eigenen Produkt, das ist wirklich unfassbar und ab 100 Verkäufen und das ist wirklich eine Sache, die gibt es nirgendwo anders, bekommt ihr 70 Prozent Provision, das heißt fast 700 Euro pro Verkauf pro Produkt, also wirklich eine unfassbare Summe und ja, deswegen strengt euch an und wenn ihr hier immer die nächste Schufe erreicht, das heißt wenn ihr 10 Verkäufe geknackt habt, dann schreibt mir einfach eine kurze E-Mail an Leon Kramer Business, beziehungsweise hier mit einem M, ganz wichtig, Leon Kramer Business at web.de, dann bekommt ihr hier alle Infos zugeschickt und ja, dann wird die Provision automatisch umgestellt und dann bekommt ihr hier fast schon 700 Euro pro Verkauf, das ist natürlich eine unfassbare Sache, deswegen haut rein und nutzt das aus, sowas werdet ihr nirgendwo anders finden. So und jetzt gibt es nochmal eine ganz wichtige Sache und zwar, ihr könnt euch wahrscheinlich noch an das Beispiel vom Anfang erinnern und zwar an das Restaurant und da ist es natürlich auch so, ihr könnt natürlich nur ein Restaurant weiterempfehlen, bei dem ihr schon selbst gegessen habt, das heißt ihr könnt auch nur Produkte weiterempfehlen, die ihr auch selbst getestet habt. Und dazu habe ich euch jetzt nochmal was richtig Geniales vorbereitet und zwar, ihr habt ja gesehen, ihr könnt bei CopeCard einfach CopeCard.com-Marketplace eingeben und dann hier beim Marktplatz meinen Namen eingeben, dann seht ihr hier die ganzen Produkte, die ihr dann bewerben könnt und jetzt ist es natürlich so, ihr müsst die Produkte natürlich auch vorher selbst getestet haben, damit ihr sie auch weiterempfehlen könnt, ansonsten ist es ja absolut unseriös und das macht ja auch keinen Sinn, eine Sache weiterempfehlen zu empfehlen, die man selbst gar nicht kennt, aber ich habe mir jetzt eine riesen, riesen Aktion für alle Affiliates auch in Zukunft hier ausgedacht und zwar, ihr bekommt alle mit dem Code Affiliate 50, sage und schreibe 50% Rabatt auf alle Produkte. So etwas gab es noch nie und wird es auch nie wieder geben und wird es auch nur für kurze Zeit geben, deswegen nutzt das Ganze auf jeden Fall jetzt aus, das heißt, wie könnt ihr das machen, wenn ihr zum Beispiel hier auf dieses Produkt gehen wollt, dann geht. Das heißt, ihr könnt einfach auf die Seite www.teamleon.de gehen, haben wir euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, dann öffnet sich schon hier diese Seite und könnt ihr hier auf jetzt starten klicken, dann seht ihr auch schon alles, was hier im Produkt enthalten ist und hier müsst ihr dann ganz nach unten gehen und könnt dann hier eben bei dem Gutscheincode eben den Code Affiliate 50 eingeben, alles groß geschrieben und dann seht ihr hier auch schon folgendes und zwar hier, Moment, ich muss eben richtig eingeben, zack, Affiliate 50 auf einlösen, das heißt, hier bekommt ihr einfach 50% Rabatt und nochmal 14 Tage kostenlos, das heißt, eine absolut super Sache und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Produkte, zum Beispiel, wenn ihr auf ki-geld.com geht, dann kommt ihr hier zu unserem digitalen Produkt, zum Thema Künstliche Intelligenz, auch ein Riesenthema für die nächsten Jahre, hier könnt ihr auch auf jetzt starten klicken und dann eben dort auch genau das Gleiche machen, das heißt, hier einfach bei dem Gutscheincode auch wieder Affiliate 50 eingeben und dann auch hier wieder eben 50% Rabatt bekommen und nochmal 14 Tage kostenlos und das könnt ihr natürlich bei allen anderen Produkten auch machen, das heißt, bei TikTok oder auch bei dem Thema Geldverdienen mit Apps. Ich habe euch alle Produkte nochmal in einer Liste in der Videobeschreibung verlinkt, deswegen, wenn ihr Affiliate werden wollt, sichert euch das Ganze mit 50% Rabatt und arbeitet es selbst einmal durch, dann könnt ihr es weiterempfehlen und dann selbst hier auch richtig geniale Provisionen bis zu 697,90 Euro pro Verkauf bekommen. Ja, ein mega ausführliches Video, speichert euch dieses Video unbedingt ab und gebt natürlich einen Daumen hoch für einen zweiten Teil und ja, nutzt auf jeden Fall die Rabattcodes aus diesem Video aus und dann werde ich euch jetzt noch weitere Videos hier in der Mitte einblenden zum Thema Online-Geldverdienen, passives Einkommen aufbauen, klickt da gerne rauf, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder, bis dahin, bleibt gesund und tschüss!